Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich wollte nur kurz zwei Sachen ansprechen. Zum Ersten ab jetzt streame ich auf hitbox.tv. Das liegt einfach daran, weil die meisten von euch sich das gewünscht haben. Und ich bin ab Samstag für sechs Tage weg, habe dort kein Internet, das heißt ich bin nicht erreichbar. Es werden aber vielleicht ein, zwei Videos kommen, wenn ich es denn schaffe. Das war es auch schon von dem Infovideo. Tschüss Leute und immer schön pie bleiben. Bis zum nächsten Video.